Zum Thema Bargeldabschaffung freue ich mich heute ganz besonders, Herrn Norbert Hering bei mir zu begrüßen. Sie sind Ökonom, Blogger und Sie schreiben als Wirtschaftsjournalist für das Handelsblatt. Vor allem haben Sie sich mit dem Thema aber auseinandergesetzt, insofern, dass Sie gerade einen Prozess führen gegen den hessischen Rundfunk auf Barzahlung der Rundfunkgebühren. Und Sie haben gerade ein Buch geschrieben, die Abschaffung des Bargelds und die Folgen, der Weg in die totale Kontrolle, das kommt am 11. März jetzt raus. Herr Hering, die Bundesregierung hat jetzt gerade angekündigt, dass wir eine Bargeld-Obergrenze von 5000 Euro zu erwarten haben. Was denken Sie darüber? Das war abzusehen, deswegen habe ich mein Buch ja auch geschrieben, weil schon vor einem Jahr gab es zum Beispiel eine Konferenz in London, wo die Schweizerische Nationalbank über die Abschaffung des Bargelds philosophiert hat. Und das wurde richtig gepusht, wird auch schon länger. Und ich hatte den Verdacht und der hat sich auch bestätigt, dass da eine abgestimmte Kampagne dahinter steht. Und wenn Herr Schäuble jetzt sagt, das Bargeld wird auf keinen Fall abgeschafft, das sei alles falsch verstanden worden, dann hat er vielleicht schon recht, dass es nicht abgeschafft werden soll, aber es soll halt so an den Rand gedrängt werden, dass man nicht mehr wirklich was damit anfangen kann, außer einen Kaffee zu kaufen und mal vielleicht ein Mittag essen. Also die komplette Bargeldabschaffung ist gar nicht das Ziel, sondern es soll ja, ich glaube Draghi hatte das auch vor dem Europaparlament gesagt, es soll global so geregelt werden, dass es also keine größeren Scheine mehr gibt. Ich glaube 50 Pfund Schein war so die Grenze, also alles so bis 50 Euro in unseren Gefilden. Kann man das so sehen? Ist das dann schon die Abschaffung vom Bargeld? Würden Sie das dann so definieren? Ja, wenn es nicht mehr gäbe als 50 Euro vielleicht, dann wäre es schon sehr weit gediehen. Ich will auch nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass das Bargeld abgeschafft wird, aber es ist nicht nötig für die Zwecke derer, die das betreiben. Es reicht schon, wenn man eben nicht mehr allzu viel damit anfangen kann. Wenn jemand, der jetzt irgendwie 1000 Euro abhebt vom Konto, dann schon damit rechnen muss, dass die Polizei mal nachfragt, dann haben sie ihr Ziel auch schon erreicht. Welche Zwecke werden denn verfolgt und vor allem von wem? Also man sieht sehr deutlich, wenn man nachguckt, dass diese ganze Kampagne nicht aus den Kreisen der Kriminalitätsbekämpfer kommt, sondern aus Finanzkreisen. Und da muss man auch die Motive suchen für die Zurückdrängung des Bargelds. Es sind die Finanzinstitute, die den Vorteil haben vor allem. Ich bin auf einen Beitrag von Ihnen auf Ihrem Blog aufmerksam geworden. Da hieß es die Kenneths, Rogoff und Summers Verschwörung. Können Sie da ein bisschen näher darauf eingehen, diese drei Protagonisten? Wieso sehen Sie da eine Verschwörung und wieso sehen Sie diese drei gerade so an der Front dieser Kampagne? Ja, Ken Rogoff, der Ex-Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds und Harvard-Professor ist der eine. Der andere, der wichtigste wohl, ist Larry Summers, ehemaliger Finanzminister, Harvard-Professor, sehr nahe an der Finanzbranche. Also er hat viele Millionen mit Vorträgen und Beratung von Finanzunternehmen verdient. Jetzt hat er endlich auch rausgelassen, dass er im Aufsichtsrat und Berater von vielen Fintechs und Zahlungsdienstleistern ist. Also denen, die profitieren werden von der bargeldlosen Gesellschaft. Und der Dritte, der auch zu diesem inneren Kreis des Anti-Bargeld-Netzwerks gehört, ist Mario Draghi, der EZB-Chef. Früher auch mal Harvard, wie die beiden anderen bei der sogenannten Group of 30, mit den beiden anderen am MIT studiert, wie die anderen regelmäßiger Bilderberg-Besucher, jedenfalls früher, als er noch nicht EZB-Chef war. Und es gibt noch mehr Verbindungen. Also die Verbindung zwischen diesen drei ist sehr eng. Und eigentlich fast alle, die so in der Frühzeit der Bargeldverbote für größere Zahlungen und all diese Einschränkungen in Aktion traten, haben Verbindungen zu diesem Netzwerk. Was ist denn das Ziel von dieser Kampagne? Der Vorteil, wenn man weitgehend bargeldlos ist, ist, dass die Bürger mit ihrem Geld bei den Banken eingesperrt sind. Und praktisch nur noch Bankengeld nutzen können. Also ihre Einlagen bei den Banken und sie können sie nicht mehr abziehen. Und das ist für eine Bank, die in Schwierigkeiten geraten könnte oder für ein ganzes Bankensystem natürlich super. Dann braucht man nicht mehr wie in Griechenland oder Zypern die Banken schließen, sondern die sind sowieso schon geschlossen. Das Geld kann nicht mehr abfließen. Viele Ökonomen sagen ja auch, das ist zur Einführung des Negativzinses. In der Bild-Zeitung war das diese Woche noch eine große Verschwörungstheorie. Dabei hat es just Ken Rogoff in Davos ja auch selbst in einem Interview sogar gesagt, wir müssen das Bargeld abschaffen, um Negativzinsen einzuführen. Alle haben sich darauf gestürzt, dass Kryon da irgendwas gesagt hat, in zehn Jahren gibt es kein Bargeld mehr. Aber diese Aussagen von Rogoff, die waren ja dermaßen ehrlich. Warum sagt dieser Mann das tatsächlich vor den Kameras, wenn Sie jetzt auch davon ausgehen, dass das das Ziel ist? Das ist überhaupt kein Geheimnis. Das hat auf der Konferenz in London, die so halb geheim war letztes Jahr, aber dann nicht mehr wirklich, weil es doch rauskam, da trat Rogoff als einer der Hauptredner auf und der hat das auch genauso vertreten. Wobei er dann auch die Kriminalitätsbekämpfung mit in den Vordergrund gestellt hat. Aber das war kein Zufall, dass das die Schweizerische Nationalbank war. In der Konferenz sollte es darum gehen, den Handlungsspielraum der Zentralbank auszuweiten, indem man Bargeld zurückdrängt. Und Larry Summers hat es mindestens seit 2013 auch mit diesem Argument vertreten. Er ist, glaube ich, der Hauptakteur hier. Und erst jetzt seit Draghi und Schäuble so sehr auf Terrorbekämpfung machen und er jetzt in der neuen Runde auch die Abschaffung des 100-Dollar-Scheins gefordert hat. Jetzt ist, sagen wir mal, auch auf Terrorbekämpfung und sowas umgeschwenkt. Aber das war die ganzen ersten Jahre nicht sein Argument. Da ging es ganz offen darum, Negativzinsen einführen zu können. Also das ist kein Geheimnis. Das wurde auch nicht geheim gehalten. Wir sehen aber jetzt, die nächste Stufe dieser Kampagne ist quasi gezündet. Wir hatten das im Vorgespräch auch schon so gesagt. Also momentan scheint man es relativ eilig zu haben. Das Ganze hat eine Dynamik angenommen. Crying in Davos wurde hochgespielt. Jetzt kam die Bundesregierung, die SPD, jetzt Larry Summers, die New York Times. Also wir sehen eigentlich täglich neue Nachrichten zu dem Thema. Warum hat man es jetzt so eilig? Und warum genau jetzt zu diesem Zeitpunkt? Die Bail-in-Regeln, die sogenannten, die seit diesem Jahr gelten, die haben neuen Druck geschaffen. Das hat man auch gesehen bei der Deutschen Bank. Jetzt ist schon die Deutsche Bank in Schwierigkeiten. Und ruckzuck muss sie ihre Coco-Bonds zurückkaufen. Also die Bonds, die auch für den Bail-in sorgen müssen, weil die als Brandbeschleuniger wirken. Und genau das Gleiche passiert natürlich mit den Einlegern. Wenn die mal verstanden haben, dass es jetzt so ist, dass sie zuerst enteignet werden müssen, bevor Staatsgeld fließen kann zur Bankenrettung, dann wissen sie natürlich, dass sofort, wenn irgendeine schlechte Meldung über eine Bank kommt, sie zur Bank rennen müssen und ihr Geld wegholen, bevor sie eingesperrt werden. Und das wirkt natürlich auch als Brandbeschleuniger. Und damit das nicht stattfinden kann, muss man eben Bargeld abschaffen. Ich habe auch das Experiment gemacht, wie es denn jetzt ist und habe mal versucht, von meinem Konto 15.000 Euro abzuheben. Das war schon ein ziemliches Abenteuer. Sie sagen gerade Brandbeschleuniger, das Stichwort. Kann nicht auch diese Dynamik, die jetzt diese Diskussion um die Bargeldabschaffung, die begonnen hat, kann die nicht auch der ganzen Diskussion so im Prinzip einen Todesstoß geben? Dass die Leute dadurch noch mehr aufgeschreckt sind und dass das jetzt so ein kleiner Wettlauf wird zwischen Einführung von Enteignungen, Bail-in und so weiter und so fort und den Leuten, die jetzt schon langsam ihr Bargeld abziehen, vielleicht in andere Werte gehen, ist das ein gefährlicher Wettlauf? Man hat nicht wirklich viele Möglichkeiten, sein Geld abzuziehen. Und wenn es so ein paar Verrückte, in Anführungszeichen, sind, die jetzt ihr Geld im Garten vergraben, das macht eigentlich nichts, weil Geld gibt die Zentralbank ja gerade genug raus. Das Problem ist nur, wenn es irgendwie krisenhaft wird. Auch wenn ich jetzt Gold kaufe, dann kriegt das Geld ja jemand anders, der mir das Gold verkauft hat. Das bleibt ja da. Insofern passiert das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube schon, dass die Bargeldabschaffer sich genötigt sahen, ein bisschen zu früh rauszukommen und dass sie sich mit Deutschland und der Liebe der Deutschen zum Bargeld, die sehr vernünftig ist, vielleicht auch ein bisschen verschätzt haben und ein bisschen zu früh ihre Farben gezeigt haben. Das heißt, diese Eile ist aus einem gewissen Druck entstanden. Das heißt, es musste so sein. Kann man sagen, dass da vielleicht teilweise Hektik hinter den Kulissen herrscht? Sie haben gerade die Deutsche Bank angesprochen. Auch ansonsten sind wir, sage ich mal, nicht ganz so glücklich ins Jahr gestartet, um es freundlich zu sagen. Ist da hinter den Kulissen so ein bisschen Panik? Man kann schon den Eindruck haben, weil so richtig glücklich war das ja nicht, erst John Kryon vorzuschicken und dadurch irgendwie zu signalisieren, wer das eigentlich braucht, die Bargeldabschaffung. Und dann kommt die SPD-Fraktion und dann kommt gleich zwei Tage später, ich weiß nicht, ob es zwei Tage waren, aber es ging jeweils sehr schnell, das Finanzministerium mit seinem eigenen, da kann ja eigentlich keiner mehr glauben, dass das Zufall ist und eben keine abgestimmte Aktion. Und wenn sich jetzt schon der Finanzminister und die SPD-Fraktion mit der Deutschen Bank abstimmen, wer zuerst geht, und dann, ich weiß nicht, ob das auch glücklich war, das irgendwie so offensichtlich zu machen für ihre Zwecke. Dieses Umzingeln von Deutschland mit diesen Bargeld-Obergrenzen, das war auch schon ein Beginn dieser Aktion und die Finanzminister wurden dann dafür extra eingesetzt. Können Sie da noch mal ein bisschen die Hintergründe näher erläutern? Ja, das war ja schon verräterisch, wie jetzt die anderen, die schon solche Bargeld-Obergrenzen haben, als Argument dafür herhalten mussten, dass wir das auch brauchen. Und das wurde eben gezielt so inszeniert. Das haben die nicht selber gemacht, sondern das Erste, das eingeführt wurde seit 2011, war Bulgarien. Da kam ein Finanzminister von der Weltbank, also der kam von der Weltbank, wurde Finanzminister, hat gleich eine Bargeld-Obergrenze eingeführt. Italien war es dann Padua Schioppa von der EZB, der dort Finanzminister wurde und das machte. In Portugal war es auch ein EZB-Mann, der Finanzminister wurde. Und in Griechenland ist es ja mit am härtesten, die Regeln. Da regiert die Troika aus EU-Kommission, EZB und IWF und will solche Regeln haben, wie in den anderen Ländern auch. Also das wurde durchaus von diesen Institutionen da gepusht und eingeführt. Und jetzt muss es als Argument herhalten, warum man es in Deutschland auch braucht. Wenn wir uns die Grenzen rundherum anschauen, dann sind wir mit den 5.000 Euro in Deutschland ja viel zu hoch. Es wird auch schon gewarnt vom Bundesfinanzministerium. Wir werden jetzt zur Geldwäsche genutzt. Also alles kommt nach Deutschland, weil es hier noch frei ist. Denken Sie, dass kurzfristig auch diese 5.000 Euro eigentlich für eine wirkliche europäische Gleichmachung, sage ich mal, noch tiefer angesetzt werden müssten? Weil mit den 5.000 werden wir ja jetzt immer noch weit über dem Durchschnitt rundherum. Wenn sie eingeführt werden, dann werden sie auf jeden Fall gesenkt. Aber Schäuble sagt ja auch, dass das erst einmal nur das ist, womit sie in die Gespräche gehen. Insofern kann da ja leicht 3.000 rauskommen. Ich würde mal auf 3.000 tippen. Meines Wissens ist die Studie, die Schäuble in Auftrag gegeben hat, um zu zeigen, dass das nötig ist für die Kriminalitätsbekämpfung, auch noch vor den Terroranschlägen im Herbst in Paris gewesen. Und es konnte ja auch keiner erwarten, dass so etwas Terroranschläge verhindert. Es ist auch völlig unglaubwürdig, was Schäuble sagt, dass da gar nicht mehr beabsichtigt ist. Weil wenn dem so wäre, dann hätte es keinerlei Effekt. Wenn man sich mal vorstellt, was soll es bewirken? Wenn ich jetzt als Terrorist in den Baumarkt gehe und mir Chemikalien kaufe, das kostet keine 5.000 Euro. Und wenn ich mir jetzt einen Sack voll Kalaschnikows kaufen will oder sowas für 20.000 aufwärts, dann wird die Tatsache, dass das jetzt illegal ist, bar zu zahlen, weder mich noch den Händler davon abhalten, das bar abzuwickeln. Weil ich mache ja eh schon was Illegales. Nur dann, wenn der Händler mit dem Bargeld nichts mehr anfangen kann. Weil er, wenn er irgendwie 1.000 Euro irgendwo einzahlen oder zahlen will, dann schon die Polizei kommt, dann kann das ein bisschen schwieriger machen. Aber dann muss man wirklich Bargeld weitgehend abgeschafft haben, damit es überhaupt was bewirkt. Und dann wird man natürlich auch auf Gold oder sowas umwechseln. Und da müsste man Gold dann auch gleich verbieten. Sie kommen schon auf das Thema genau, also Ausweichmöglichkeit Gold. Viele sehen jetzt erst mal zumindest einen steigenden Goldpreis, gerade aufgrund dieser Bargelddiskussion. Denken Sie, der Goldpreis kann kurz- oder langfristig davon profitieren? Ich vermute, der Goldpreis wird kräftig steigen. Weil so wie ich die Charts angeguckt habe, mit immer diesen harten Zacken nach unten und dann wieder nach oben und dann wieder ein harter Zacken nach unten, das sah sehr so aus, als ob der gedrückt worden wäre von interessierter Seite. Und das scheint langsam aufzuhören. Also es war ja die ganze Zeit so, dass die Goldnachfrage bei normalen Anlegern extrem hoch war, ähnlich hoch wie zu Zeiten der Finanzkrise. Und dass das Gleiche passiert ist wie damals, dass trotz dieser hohen Nachfrage und obwohl die Barrenproduzenten kaum nachkommen, der Preis eher gesunken ist als gestiegen. Und wie damals wird es halt daran liegen, dass der Preis manipuliert wurde, um eben keine negativen Signale zu senden. Aber das geht halt nur zeitweise und irgendwann muss man das geliehene Gold, das verliehene Gold, das man genutzt hat, um die Preise zu drücken. Irgendwann muss es halt auch zurückgegeben werden und dann geht es eher in die Gegenrichtung. Und das nehme ich an, wird irgendwann kommen. Was für Auswirkungen kann das auf die Papiergold-Märkte haben? Also Mitte letzten Jahres gab es an der Comex wohl schon so einen Engpass, dass JP Morgan nachliefern musste, damit das physische Interesse bedient werden konnte. Welche Auswirkungen hat das auf diese Papiergold-Märkte, wenn dort so eine starke physische Nachfrage ist? Denn man weiß das Verhältnis nicht ganz genau, aber es wird gemunkelt 1 zu 150 oder 1 zu 250. Man weiß nicht, wie viel mehr Zertifikate und Derivate und Sonstiges rausgegeben worden ist zu dem physischen Bestand, den die Comex tatsächlich hat. Also sehen Sie da eine Gefahr? Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, wie die Verhältnisse da sind und traue mir da nicht wirklich ein Urteil zu. Eine Gefahr ist das natürlich immer und größere Ausschläge kann das geben. Das sehe ich auf jeden Fall so, aber der Goldpreis und der Goldmarkt wird natürlich auch sehr stark gemanagt. Von daher wäre ich da mit Prognosen sehr vorsichtig, was passieren könnte. Also ich vertraue mal darauf, dass die Zentralbanken, die ganzen offiziellen Halter, die ja riesige Mengen Gold haben, sehr großes Interesse daran haben, dass diese Märkte nicht zusammenbrechen und das Gold, um Nachfrage zu bedienen, haben sie ja auch. Das gab ja auch in der Vergangenheit diese Goldabkommen dann, als es kritisch wurde, mit denen signalisiert wurde, wie viel Gold sie bereitstellen werden, um die ganzen Leihgeschäfte rückabzuwickeln. Das wird ihnen wahrscheinlich auch bei den nächsten Verdrückungen wieder einfallen. Sie hatten mir vorhin noch mal ganz interessante Sachen über Zollbestimmungen in Deutschland und so weiter erzählt. Können Sie das noch mal wiederholen? Also wie sieht es aus mit dem Goldverbot? Wie wird das durchgeführt werden Ihrer Meinung nach? Also wenn jetzt die Bargeldbegrenzung schon explizit begründet wird damit, was in anderen Ländern passiert, dann kann man ja auch gucken, was in Griechenland so stattfindet, wo die Troika ja weitgehend regiert. Da gibt es schon einen Gesetzentwurf, wo die Bargeldhaltung daheim außerhalb der Banken anmeldepflichtig werden soll. Und da ist Gold und Juwelen dann gleich mit drin. Also schon ab der relativ lächerlichen Grenze von 15.000 Euro Gesamtwert pro Haushalt soll das anmeldepflichtig werden, einschließlich Gold. Und dann ist Gold natürlich auch nicht mehr attraktiv, wenn es da mit drin ist. Und in Deutschland ist im Prinzip alles auch vorbereitet. Also es gibt diese Verrücktheit, dass nach EU-Gesetzen ist Gold kein Zahlungsmittel, sondern eine Ware und ist auch nicht bei den anmeldepflichtigen Waren. Also wenn man die EU-Außengrenzen überschreitet, dann kann man Gold mitnehmen, so viel man will und muss es auch nicht anmelden. Nach dem deutschen Zollgesetz ist Gold aber den Zahlungsmitteln gleichgestellt. Ich bin jetzt kein Rechtsexpert, aber ich habe schon mal Zweifel, ob das zulässig ist, dass das deutsche Gesetz Zahlungsmittelansatz definiert als das europäische, weil das soll ja eigentlich dazu dienen, solche Europäisierung, dass man sich jetzt darauf verlassen kann, ob Gold nun ein Zahlungsmittel ist oder nicht. Das führt zu so Verrücktheiten, wenn man jetzt im Grenzgebiet ist von Deutschland, Frankreich und Schweiz und gerät in eine fliegende Zollkontrolle, irgendwie zehn Kilometer von der Grenze und die wollen fragen, ob man Gold dabei hat, viel, dann dürfen sie das fragen. Und ich muss antworten, wenn ich vorhabe, nach Frankreich zu fahren. Aber wenn ich vorhabe, in die Schweiz zu fahren, dann ist das nicht anmeldepflichtig und sie dürfen sie auch nicht fragen. Aber die können ja nicht wissen, ob ich jetzt nach Frankreich abbiegen will oder in die Schweiz. Also das zeigt schon, wie verrückt das ist. Und wenn ich jetzt also mein Gold von Deutschland nach Österreich schaffen will, dann fahre ich tunlichst am Westen vom Bodensee runter durch die Schweiz nach Österreich. Dann ist das alles legal und nicht anmeldepflichtig. Wenn ich direkt im Osten runterfahre nach Österreich, dann muss ich es anmelden, wenn ich gefragt werde und werde also sehr hart bestraft, wenn ich es nicht tue. Und allein die Tatsache, dass Gold jetzt schon als Zahlungsmittel definiert wird, heißt ja praktisch, wenn sowas wie in Griechenland käme, dass man jetzt im nächsten Schritt zwar, wie Herr Schäuble sagt, es nicht verboten wird, Bargeld zu halten, aber man will natürlich wissen, wer die 100.000 Euro versteckt und möglicherweise Schwarzgeld hat. Er muss es nur anmelden und sich kontrollieren lassen. Dann ist so gut wie sicher Gold auch gleich mit drin, als Zahlungsmittel und Juwelen eben auch. Und man sieht auch in Belgien gibt es auch eine Bargeldbeschränkung, die bezieht sich nur auf Gold, da gibt es sonst keine, aber Goldkäufe darf man nur bis 3.000 Euro in Bar abwickeln. Was wäre denn Ihrer Meinung nach ansonsten eine sinnvolle Alternative? Was kann der geneigte Bürger tun, um dem zu entgehen? Also manche sprechen ja auch davon, auch in Kryptowährungen zu gehen. Wir haben inzwischen 130 Kryptowährungen. Ist es jetzt sinnvoll, in Bitcoin zu investieren oder was wäre denn Ihr Vorschlag? Also Kryptowährungen sind gefährlich. Also einerseits werden sie auch überwacht. Also das haben die Geheimdienste auch schon gesagt. Und meines Wissens stimmt das auch oder meiner Einschätzung nach und dient nicht einfach nur der Abschreckung, dass sie das schon im Griff haben, rauszufinden, wer die Bitcoins kauft. Weil immer dann, wenn man sie irgendwie umtauschen will in was anderes, dann ist die Identität nachforschbar. Und dann kann man auch die ganzen Geschäfte in der Vergangenheit zurückverfolgen. Und zusammen mit der Tatsache, dass die Bitcoin-Börsen immer wieder Schwierigkeiten kriegen und dass die Werte extrem schwanken, würde ich mich da also nicht reinbegeben. Und ich würde sagen, generell kann man sich dem als Bürger eigentlich nicht entziehen, sondern muss sich wehren. Und man kann sich eben wehren, indem man Bargeld nutzt. Und zwar mit möglichst hohen Beträgen, damit das auch nicht, damit das Standard bleibt, höhere Beträge zu nutzen. Und nicht jeder, der 1.000 Euro abhebt oder zahlt, schon verdächtig wird, weil es einfach noch üblich ist. Und Klagen kann man auch, wie ich das gemacht habe. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also ich muss vielleicht nicht jede Klage selber führen, aber wenn Herr Schäuble das wirklich einführen will mit der Bargeld-Obergrenze, dann kann sich jeder hinstellen und im Fernsehen für 5.000 oder mehr was Bar abwickeln, mit Gold oder so, und sich dann strafen lassen. Und dann vor den Europäischen Gerichtshof gehen und das mal überprüfen lassen. Weil in Artikel 128 des EU-Vertrags, der über jeden deutschen Gesetz steht, steht drin, dass Euro-Banknoten gesetzliches Zahlungsmittel sind. Und aus meiner Sicht und auch aus der von Währungsrechtlern kann keine nationale Regierung hingehen und die Nutzung des europäischen gesetzlichen Zahlungsmittels verbieten. Das gehört zum gesetzlichen Zahlungsmittel, das man damit zahlen kann. Und zwar alles. Im Gegensatz zum Bundesbankgesetz, § 14, steht allerdings in dem Europäischen Vertrag nicht drin, dass es ein unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel ist. Also dieser Unterschied ist mir aufgefallen. Macht das irgendeine Auswirkung? Oder gesetzliches Zahlungsmittel bedeutet trotzdem ein Annahmezwang, zumindest für staatliche oder behördliche Seite? Das tut es, ja. Es gab 2010 mal eine Arbeitsgruppe von allen Finanzministerien und Zentralbanken des Euro-Raums. Damals war man noch nicht auf Bargeldabschaffungstrip. Entsprechend positiv waren die Ergebnisse. Da hat man sich damit auseinandergesetzt, was genau bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel. Weil das zwar überall in etwa das Gleiche bedeutet, aber eben nicht exakt. Und da wollten sie die Feinheiten justieren. Und da kam raus als Ergebnis, und das hat auch die EU-Kommission dann kodifiziert, dass zum gesetzlichen Zahlungsmittel der Annahmezwang gehört, der unbegrenzte Annahmezwang, dass, ja noch ein, zwei Dinge, aber auf jeden Fall, dass jeder Schuldner durch Anbieten von Bargeld sich seiner Schuld entledigen kann und der andere dann in Annahmeverzug ist, wenn er es nicht nimmt. Das ist genau das, was mein Verfahren in der Rundfunkgebühr betrifft, wo ich sage, mit Bargeld kann ich meine Schuld, muss ich die tilgen können. Von daher, es ist klar, was es bedeutet. Und dieses unbeschränkt hat deklaratorische Bedeutung. Das kann man nochmal extra sagen. Aber wenn keine Beschränkung vorgesehen ist, ist es von selber unbeschränkt. Und die ist nicht vorgesehen. Und bemerkenswert ist eben, und deswegen nehme ich halt auch Herrn Draghi, der sich nicht so aus dem Fenster hängt, zu den Antibargeldkriegern. Die EZB hat da immer Stellung genommen zu diesen Gesetzen mit Bargeldobergrenzen in Italien, Portugal, Griechenland. Immer gesagt, ist kein Problem. Aber sie hat nicht einmal den wichtigsten Artikel erwähnt in ihren Stellungnahmen, nämlich den 128, sondern beruft sich dann auf die Erwägungsgründe hinter einem Kommissionspapier von 1998. Und auch nur auf die Erwägungsgründe. Also eine ganz, ganz lange, fragile Begründungskette, nur um zu vermeiden, dass man auf den 128 EU-Vertrag zurückkehrt. Also die EZB scheint da durchaus Komplize zu sein. Nach Ihren Ausführungen wäre es ja so, dass sämtliche bis jetzt eingeführten Bargeldobergrenzen in den anderen europäischen Ländern tatsächlich rechtswidrig wären, dem EU-Vertrag widersprechen. Und das ist im Prinzip auch Ihr Ziel, mit der Klage gegen den HR das aufzuweisen. Faktisch sehen wir aber diese Bargeldobergrenzen. Also was versprechen Sie sich im Endeffekt wirklich davon, wenn Sie nachweisen würden, okay, 128 spricht dagegen. Denken Sie, dass dann das alles zurückgenommen wird?